Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Rath. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 40 m² beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 760 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.